Kristin Cavallari äußert sich erstmals zu Jay Cutlers Alkoholfahrt. In ihrem Podcast Let's Be Honest spricht die 37-Jährige über die Festnahme ihres Ex-Mannes. Jay Cutler wurde vergangene Woche in Tennessee wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen. Kristin informiert ihre Zuhörer, dass die neueste Podcast-Folge noch vor diesem Vorfall aufgezeichnet wurde. Sie bittet darum, dies beim Hören zu berücksichtigen. Die Reality-TV-Darstellerin betont, dass sie Jay nur das Beste wünscht. Sie hofft, dass er die Hilfe bekommt, die er jetzt dringend benötigt. Kristin und Jay waren neun Jahre verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Ihre Söhne Camden und Jackson sowie ihre Tochter Sailor. Das Paar trennte sich im Jahr 2020, die Scheidung wurde zwei Jahre später vollzogen. Über die Gründe für das Eheaus äußerten sich beide nicht öffentlich. Ein Insider verriet der Daily Mail, Kristin hat sich gut mit ihm verstanden, aber das jetzt ist einfach enttäuschend. Trotz der Trennung pflegten sie ein freundschaftliches Verhältnis, insbesondere für ihre Kinder. Während Jay sich mit den Konsequenzen auseinandersetzen muss, scheint Kristin ihr Leben im Griff zu haben. Sie betont immer wieder, wie wichtig ihr die Balance zwischen Beruf und Familie ist. Seit der Trennung versucht sie, ihren Kindern ein stabiles Umfeld zu bieten. Ihr Privatleben hält sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ob Kristin in der nächsten Podcast-Folge erneut auf Jay eingehen wird, bleibt abzuwarten. Los Angeles Untertitelung des ZDF für funk, 2017